Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von FIFA 19 und heute geht's zum ersten Ost-Turby gegen Union Berlin. Vor unsichern. Ich rede hier kein Stork. Und wieder eine Trainingseinheit. Gleich, kommt, verbessert euch. Meine Scharfe, verbessert euch. Jetzt muss ich eh noch um Zähne verbessern und da eingesetzt werden und umfinden, wir müssen sich verbessern, weil ich ja zwei Ziele habe. Gleich. Auf einmal. Was die kommende Partie angeht, der Herr Mischel möchte spielen. Okay. Muss verkauft werden. Ähm, nicht Scherz. Aber der kann spielen, weil ja das Köln-Spiel... Ha, wir haben ja gleich quasi Englische Woche. Kann noch mal spielen. Und der Herr Heise spielt mal. Und der Herr Ballas. Und der Herr Kreuzer. Ja. Ja. Kann man's mal machen. Dann habe ich hier den Hand... Ne, der Herr E-Wort spielt. Ne. Kölke. Krause können mal spielen. So schlecht ist er ja, ne. Döken können mal spielen. So mal so ein bisschen... Ah, Schimans gebräuchte mal eine Pause. Ach da, wir haben ja endlich mal wieder überragend viel Ersatz. Und spielen. Und spielen. Und spielen. Und ihr duckt die Nase. Eieiei. Der Tank gegen Deutsche. Ja, Tor. Boah, Junge. Jawoll, so, fertig. Ab nach Hause. Hey, es ist die Top-Party heutigen Tage. Ach man, müssen die mir denn immer diese Vorbereitung zeigen. So viele sind zum Wohr machen sowieso noch nicht drauf. So. Ja, fein, haben wir das gemacht. Wir kommen zu Hause zum heutigen Spiel. Bei dem Wetter wahrscheinlich die beste Entscheidung, die Wohnung nicht zu verlassen. Es regnet in Strömen. Da schauen wir mal, wie die Spieler mit diesen Wassermassen auf dem Rasen zurechtkommt. Und die heutige Begegnung heißt Union Berlin gegen Dynamo Dresden. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Kurze Einschätzung zu ihrer taktischen Ausrichtung. Schön, dass du in Zwischenruhe spielst. Wir sehen hier ein 4-3-3 und klar, das wird viel über die Außen, viel über die Flügel gehen. Dadurch, dass meine aufgerückt sind. Aber die Startbomber zu der Gäste. Und das hat wirklich alles aufgerückt. 4-3-3, drei Stürmer. Spielig so beschissen, offensichtlich. 2 Außenstürmer, ein klassischer Mittelstürmer. Also es geht offensiv zu. Aber man kommt durch. Ja, ich müsste mal eine Zündende Idee kommen. Da kommt der Schuss. Das wird hier zwei Ewigkeiten, die dort sich in rauszukombinieren. Aber von daher glaube ich schon, dass das hier ein tolles Spiel wird. Ah, hier in die Mann geht. Komm, Ballast. So, Ecke kommt. Entschlossen, geklärt. Da kommt die Eingabe. So, erstmal geklärt nach dieser Eingabe. Nimm das Ding noch ne an, Junge. Schallt doch deinen Himmel ein. Mensch. Schön weitergeleitet. Yes. Das läuft ja hier. Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Der Doppelpack im letzten Spiel wird ihm zusätzlich selbstvertrauen gegeben. Also Union spielt schon mal deutlich besser als Köln. Ja, die gehen auch richtig. Also die gehen auch richtig, dass der Controller wibler rein. Jetzt können sie vielleicht kontraten. Aber der Kreuzer läuft nicht ab. Aktion läuft weiter, nach wie vor gefährlich. Und das ist der Ballverlust. Da kommt der Pass. Da passt er auf. Brrrr. 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 das gibt man einen Freistoß das war ganz clever jetzt gibt es die gelbe Karte vertretbar ist Julian so er wird den Ball reinbringen und Bruder mit Darmusbrüchen der Ball kommt Ball kam gut aber erst mal die Gefahr bereinigt das ist wenn ich mir das Wetter so ansehe bin ich froh, dass wir in unsere Ballast zweite Chance Komponente und Koppmann das gibt es jetzt immer an die Latte gekippt Jungen Hette Sie muss er dreifach drin sein jetzt hat er Platz jetzt muss er fangen hinten er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken dreifach Chance jawohl schöner Pass er musste weit kriegen er kriegt da ganz schön weit zu weit fand ich gerade die dreifache Kopfhörer Chance hier von zweifache Kopfhörer Chance von Palla von Hartmann und von Gorné interessanter der Ball spielt er raus Polter oh nein 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 böse fälle schlechte Passbilanz von Reiche die Möglichkeit zu flanken abgeblockt schön gelöst den Angriff im Keim erstickt Prozent da haben sie das jetzt vielleicht er kommt aber scheiße aufgelaufen Platz und es gibt Abstoß und hier nochmal für uns alle die Wiederholung dieses Fouls von Ebenbuschi jawohl und da sieht man es ja ganz deutlich auf jeden Fall eine gelbe Karte aber ich komme hier hinten raus also die Stellen clever war sehr clever zu er kann ja ja richtig starke Werte verhindert hier ja den sicheren Treffer auch mal auch mit drin aber du mitsch er zählen da können wir uns erklären den Ball nimmt er mit dem Kopf geht aber ins Aus boah gut aufgepasst da kommt ja an den Ball das wollten wir zu schön machen das renne ich mir nicht vor lassen den Ball laufen aber jetzt bräuchten sie auch mal den Zug zum Tor oah gut reagiert das war knapp jetzt wird gleich die Ecke reinkommen die Ecke kommt rein boah das gibt's nicht da passt er auf Ball geklärt Schuss boah wieso geht das keiner mehr ran so viele Eckbälle und Chancen wird vorne so viele Eckbälle und Chancen wird vorne haaa das kennt sich rechen naja das macht er gut super gemacht den klärte er auf ja jetzt keine Tore zur Pause für beide Teams vor allem alter diese übelste Chance vom Hortmann gibt's hier schon Highlights? nö komm eins müssen wir erschießen das Wetter wird leider nicht besser die zweite Hälfte läuft die zweite Hälfte läuft wie ist das? du kannst es nicht schon rein Kone boah und er gewinnt den Zweikampf gute Aktion gut geklärt das ging zum Falsch Felix Groß 10-0-Au Kone Klasse zu spielen oh ja Alter was hat der für ein Riecher der ist doch vollkommen automatisch reingelaufen es war nur eine Frage Alter geil aber war wieder gut gehalten aber war schön war alles schön an der Sache gerade gut durchgelassen im zweiten Versuch machen Sie so Initial Kopf weil was wo man doppelt drücken muss keine Ahnung ich hab's mir nur erklären lassen von Bekannten dann ist dann irgendwie auf dem Dreieck drumherum ist dann irgendeine Farbe und was auch immer ach ich lasse es lieber sein 10-0-Au oh ich hab mich nicht so befasst mit dem Pfeffer diesmal jetzt haben sie den Ball verloren was oh gut und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt Ballas den Ballspieler raus jetzt vielleicht den Ball erwischt er gar nicht gut und so ist der Schuss natürlich überhaupt kein Problem ihr wisst gut freigespielt aber der aber auch jetzt super war ohne und nun ein Schuss das hat der Verteidiger klasse gemacht so kommt der Schuss nicht durch alter wie gutes Technik durch die Bähne Entschlossen geklärt da kommt es nie raus das sah gut aus bis hierhin aber jetzt haben sie den Ball verloren weiter S4 erlaube ich euch nicht klasse Pass die Gefahr erstmal wieder bereinigt halter Ball im letzten Moment gespielt 0 boah die Westerbeste verteidigen gute Aktion läuft die Flanke och der hälfte Töter ohne Camo und Platz mal der Fall Freistoß hartmann das musste der Trainer jetzt sie sind in Rückstand und der neue Mann Geile Spiel bis Jahr zu drehen was der verdient abseits oder gut haben bald oder ist dabei wieder weg war krasser fast er passt ihn auf den flügel dass er mit spieler frei super passiert jetzt war weil draußen das gibt jetzt mal auf Ort gewollt und genau die wechsel sich durch jetzt kommt er durch die Erschung mal wie er sich einfügt offensiver kommt rein Schwung bringen die Ecke kommt rein Wochenende Kürzl Kürzl da kommt die Flanke Scheißballernahme es wird nichts die Kinder sich die Ball hin bei den abschließen denn nur zu tun heute er hätte gut zählen oder das war man bei union da spielt er den ballrichter ausschließlich alle feldpässe der ball sollte auf den flügel gehen aber er kommt super dazwischengang gleich gibt es eine auswechslung bei mich noch bitterer kurzer Blick zur Uhr Viertelstündchen haben wir noch nie das ist nicht gut und da ist jetzt Platz ich dachte denn der alte auswärtszähler schüttelte erbauende einfach kein glück denn nichts zu tun sie sind in der Wormseite Früchte ja wohl Klasse Pass und die haben wir ja wohl was für eine geile Ballernahme und jetzt den macht doch super das Tor ja erkennt sich das 2 zu 0 das Wort Zuckerpass von Maussmann also wenn es in du hin Junge wie viel Kraft hast du du schon hier sieht es aus ob der Vermittendrin in Union auch da gut durchgesetzt und da genau zu Zucker Zucker kein Mann in der Regel super gelaufen sechstes ist so ein Tor jetzt steht es 2 zu 0 fängt jetzt an zu netzen inzwischen genau so viel gemacht wie ihn neun Minuten sind wir auf zu spiel und langsam haben wir uns in unser Spielsystem reingefunden Defensive ist gut organisiert da kommt sie nur schwer durch oh den spielt der in den Lauf geh er halten ihn aber der Ball weiter im Spiel jawoll Watt für und Konter da kommt der Pass das geht noch vorne da kommt der Schuss hier ich habe auch Schausfahrt war die Kugel ist weg die Kugel hat er sich in der Mord nicht richtig getroffen so ja auch das Ding kann man mal gut Stück vorbei bei dem Meister und den Vorschlag eigentlich nicht viel ich bin gespannt ob der neue mann hier sofort rein findet in diese begegnung es gibt drei minuten oben auf jetzt haben sie den ball können sie jetzt angriff einleiten gut schön schön das läuft doch wieder so dankeschön dass sie gekommen sind hier haben ihnen gerne die punkte gegeben woher brüsk hat ganz schöne paraden ausgaben war das hier lassen den ball laufen aber jetzt wollen sie auch mal er kann ihn reinbringen fehlschuss die geilste aktion latte latte das war nach der aktion schade bin mit dabei oder die ecke kommt rein da passt er auf schade bin ich dabei beste leistung von union müsste der toll da haben 7,1 ja ne groß ja wurde ausgewechselt müsste die niederlage sich nicht antun aber was man geiles spiel schön dass wir unsere letzte taktik genommen habe wo ich auf das schade in der stadt gleich aktuell auf dem zweiten wort und läuft bei uns falsch die letzte partie ja ja so alle einheiten abgeschossen damit verabschiede ich mich und ich hoffe ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein ciao ciao